Schließe deine Augen, wenn du möchtest, höre die Musik und meine Stimme und bemerkst deine Gedanken, die dich immer tiefer und tiefer in eine hypnotische Trance führen werden. Gehe jetzt mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Atem, atme tief in den Bauch hinein und beobachte wieder Atem, komm und geh, komm und geh, und weil du mit deiner Aufmerksamkeit bei deinem Atem bist, in alle Gedanken und Empfindungen immer mehr in den Hintergrund, spielen jetzt in diesem Moment keine Rolle mehr. Und weil du immer ruhiger bist, der Frieden und die Harmonie in deinem Geist und in deinem Körper größer und größer und vielleicht fängst du an, diesen Zustand zu genießen. Ihr Unterbewusstsein ist ganz wach, während ihr Bewusstsein dämmerig wird, schläfrig, müde und ganz entspannt. Und weil dein Unterbewusstsein ganz wach ist, wird es auf die Suggestionen, wie ich ihm gebe, immer reagieren, sie aufnehmen, sie aufsaugen. Und dies geschieht ganz alleine, ohne dass du etwas machen brauchst. Du hörst meine Worte und meine Worte werden zu deinem Worten und dann geschieht die Veränderung. Und umso tiefer du gehst, desto wohler fühlst du dich. Und umso wohler du dich in deinem Körper fühlst, desto tiefer gehst. Tiefer und tiefer, immer tiefer. Immer tiefer. Total Entspannung und Ruhe. Dein Körper und dein Geist sind ganz entspannt. Und das erinnert dich daran, was ganz gleich wie die äußeren Umstände sind. Frieden und Harmonie ist das, was du spürst, was du fühlst. Wenn du gestresst oder ängstlich bist, brauchst du nur tief in den Körper hineinzuatmen. Und ganz lange auszuatmen, um zu wissen, dass Frieden und Harmonie bei dir sind. Sprich mir nun nach. Ich brauche nur tief in den Körper einzuatmen und ganz langsam auszuatmen. und werde Frieden und Harmonie fühlen, spüren, immer. Tief in den Körper hineinzuatmen und ganz langsam auszuatmen. Und Frieden und Harmonie ist in deinem Körper, in deinem Geist, in deiner Seele. Nimm dir Zeit, jetzt dich zu öffnen. Das Beste, was die Welt dir geben kann. Und atme tief Frieden und Harmonie in dein Leben ein. Es ist möglich, sich zu ändern. Und weil sie sich leicht und sich ändern können, wirst du dein Herz, wenn du willst, öffnen für alles, was wichtig und richtig für dich ist. Und weil du dich leicht und sicher ändern kannst, wirst du dein Herz öffnen für alles, was wichtig und richtig ist. Du wirst dich öffnen für Änderung, weil alles, was lebt, sich ändert. Dabei weißt du immer, dass du sicher und geborgen bist. Alles verändert sich immer. Und weil du dein Herz öffnen für dich. Und weil du Teil des Lebens bist, wirst du dich beändern. Und dabei fühlst du dich sicher, in dir selbst aufgehoben und sicher. Und du bist in der Lage, allen Herausforderungen zu begegnen, mit Ruhe und Gelassenheit. Selbstbewusst, mit Ruhe und Gelassenheit, wirst du allen Herausforderungen des Lebens begegnen. Mit einer optimistischen Haltung. Denn alles wird gut. Alles wird gut. Alles wird gut. Und ob du es auf einer bewussten Ebene weißt oder nicht. Dein Leben kommt jeden Tag mehr in eine Balance. Und du weißt, wirst jeden Tag dein Bestes geben. Und nun, während du dich immer mehr entspannst, werden deine Augenlider immer schwerer und schwerer. So schwer, dass du den Eindruck hast, du kannst sie gar nicht mehr öffnen. Und es fühlt sich so gut an, die Augen geschlossen zu halten. Und wenn deine Augen so schwer sind, dass sie nicht mehr aufgehen, testest du es. Jetzt probierst du es aus. Sehr gut. Und nun, lass die Schwere und Weichheit deiner Augen wieder in den ganzen Körper fließen. Und denk bitte daran, du kannst jeden Zustand der Entspannung jederzeit auch im Alltag erleben. Du brauchst nur tief in deinen Körper hineinzuatmen. Frieden denken, während du langsam ausatmest. Und du wirst es erfahren. Ganz leicht. Atme tief in den Bauch hinein. Und sage zu dir selber dieses Wort Frieden. Und atme ganz langsam aus. Fühle es. Fühle es. Fühle es. Denn du kannst wählen. Und weil du wählen kannst, wirst du immer ruhiger und gelassener im Alltag sein. Leichtigkeit Veränderungen akzeptieren. Weil Veränderungen zum Leben gehören. Und du lebst. Es ist dein gutes Recht, ruhig und gelassen zu sein. Ganz gleich, was passiert. Innerlich ruhig und gelassen sein. Du kannst sehr viel Arbeit haben und gleichzeitig die Stille und Ruhe in mir selbst spüren. Und du kannst Herausforderungen und schwierige Veränderungen erleben. Und gleichzeitig im Balance zu sein. Mit sich und der Welt. Jeder Atemzug hilft dir immer ruhiger zu werden. Immer mehr die Leichtigkeit zu spüren, fühlen, sehen, riechen, hören. Und du wirst immer selbstbewusster, wo auch immer deine Reise hinführt. Du hast eine Bestimmung und deine Existenz macht Sinn. Du bist nicht deine Vergangenheit, du bist viel mehr. Und weil du nicht deine Vergangenheit bist, lässt du alle Personen, die nicht mehr zu dir gehören, die nicht mehr zu dir gehören, die in der Vergangenheit sind. Und gibst ihnen keine Macht mehr, Einfluss auf dich auszünden. Du lässt Situationen aus deiner Vergangenheit los. Denn sie bestimmen nicht mehr dein Jetzt. Und du lässt Erfahrungen aus der Vergangenheit los, die dich blockieren. Du lässt alles los, was dir nicht hilft, der Mensch zu sein, den du sein möchtest. Du entscheidest, was Einfluss auf dich hat. Du willst Harmonie in der Mitte von Streitigkeit. Du willst Humor, auch in Zeiten, wenn das Leben seine Last zeigt. Du willst Freude in der Mitte von Trauer und Verletztheit. Du willst Entspannung in stressigen Situationen. Du hast jeden Tag die Möglichkeit zu üben, dich und andere zu akzeptieren. Mit Ruhe, Geduld und Harmonie, weil du selber an dich glaubst. Auf der Reise deines Lebens wirst du mehr und mehr Chancen wahrnehmen. Mit Ruhe und Gelassenheit wirst du Änderungen, Veränderungen akzeptieren. Und dabei ist dein Geist frei, unbeschwerd. Alles wird gut. Und diese Haltung und Gefühl wird dich dein ganzes Leben begleiten. Du brauchst nur einzuatmen und während du ganz langsam ausatmest, Frieden sagen. Und du wirst ihn spüren, ganz gleich, was um dich herum los ist. Und vielleicht genießt du diese Vorstellung. Es ist so einfach zu atmen, um am Ausatmen Frieden zu sagen und Gleichigkeit und die Entspannung wieder zu führen. Nun werde ich gleich von 1 bis 10 zählen. Und wenn ich bei 10 angelangt bin, wirst du ganz wach sein. Voller Energie, voller Freude, voller Gewissheit, dass du jeden Tag mehr Ruhe in dein Leben lässt. 1, 2, 3. Zu leben heißt, sich zu verändern. Und du sagst Ja zur Veränderung. Ja zum Leben. 4, 5, 6, alle Eindrücke und Bilder ziehen sich nun zurück in den Hintergrund. 7, 8, 9, 10, öffne jetzt deine Augen und spüre deine Energie, die Freude und die tiefe Ruhe, die dich den ganzen Tag begleiten wird. 1, 2, 3, 4, 5, XP, 2, 3, 4, xce Untertitelung des ZDF, 2020